Morinda Citrifolia, die Noni-Frucht. Möglicherweise haben sie noch nie von ihr gehört, doch seit Generationen wird sie von den Menschen Polynesiens aufgrund ihrer vielfältigen Eigenschaften genutzt. Die Wissenschaft hat inzwischen entdeckt, was die Noni so besonders macht. Pflanzenarten, die wir verzehren, lassen sich in zwei Kategorien einteilen. Genusspflanzen und funktionelle Pflanzen. Genusspflanzen wie Obst und Gemüse liefern lebenswichtige Vitamine und Mineralstoffe. Viele dieser Genusspflanzen enthalten jedoch Nährstoffe, die im Verlauf von Verarbeitung und Lagerung ihre vorteilhaften Eigenschaften verlieren. Funktionelle Pflanzen wie die Noni enthalten hingegen Inhaltsstoffe, die auch während einer Weiterverarbeitung und über längere Lagerung hinweg stabil bleiben. Dazu zählen Iriduide, ein sekundärer Pflanzenstoff, den wir als Qualitätsmerkmal in der Noni identifiziert haben. Tahitia Noni International ist marktführend in der Entwicklung und Herstellung von Produkten auf Noni-Basis. Wir betreiben als einziges Unternehmen weltweit ein eigenes Labor zur Erforschung der Noni. Zusammen mit zahlreichen externen Wissenschaftlern sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass Iriduide eine der bedeutendsten Substanzen in der Noni sind. An dem Vorkommen von Iriduiden, ihrem Gehalt und ihrer Menge lässt sich unter anderem die Qualität eines Noni-Getränks messen. Iriduide sind selten in herkömmlichen Früchten zu finden, unterscheiden sich von Flavonoiden, die in Früchten gewöhnlich vorkommen, sind sekundäre Pflanzenstoffe in der Noni-Frucht, sind stabil und abbaubeständig bei Verarbeitung und Lagerung, sind Qualitätsmerkmale für die Tahitian Noni-Getränke. Tahitian Noni Original enthält neben Iriduiden auch natürlich vorkommendes Mangan. Studien belegen, dass dieses Spurenelement dazu beiträgt, das Zellgewebe vor oxidativer Schädigung zu schützen. Es unterstützt den Erhalt gesunder Knochen und fördert einen ausgewogenen Energiestoffwechsel. Mangan ist ebenso wie Iriduide ein stabiles, abbaubeständiges Element im Tahitian Noni Original. Diese besonderen Inhaltsstoffe zeichnen unser Tahitian Noni Original aus. Die Stärke der Noni ist wissenschaftlich umfassend belegt. Die Sicherheit und Wirkung von Tahitian Noni Original wurde von Wissenschaftlern in 14 klinischen Humanstudien getestet. Zur Noni und auch über Iriduide im Allgemeinen liegen zahlreiche Studien vor. Im Gegensatz zu vielen anderen Firmen, die ihre Produktproduktion teilweise auslagern, steuern wir jeden einzelnen Schritt in der Herstellung unserer Noni Getränke. Von der Ernte über die Verarbeitung bis hin zur Abfüllung. So sorgen wir für ein Maximum an Produktqualität. Europäische Novel Food Zulassung nach einem umfangreichen vier Jahre währenden Prüfverfahren genehmigte die Europäische Lebensmittelbehörde EFSA im Juni 2003 unseren Noni Saft als neuartiges Lebensmittel. Seither haben wir zwei weitere Novel Food Zulassungen erhalten. Nach dem Branchenriesen Unilever kann außer uns nur Danone drei Novel Food Zulassungen vorweisen. Geschmäcker und Vorlieben sind bekanntlich verschieden. Wir haben daher die Tahitian Noni Getränkelinie entwickelt, abgestimmt auf unterschiedliche Bedürfnisse. Tahitian Noni Family enthält 15 Milligramm Iriduide pro 60 Milliliter. Nicht nur Kindern und Jugendlichen schmeckt Noni in den zwei Geschmacksrichtungen, Traube und Mango Maracuja besonders gut. Tahitian Noni Original ist unser Kultgetränk und seit 1996 als erstes kommerzielles Noni Produkt auf dem Markt. Es enthält 30 Milligramm Iriduide pro 60 Milliliter. Das perfekte Getränk für Erwachsene aller Altersstufen und für Millionen Menschen weltweit fester Bestandteil ihrer täglichen Ernährung. Tahitian Noni Extra ist unser Premium-Produkt aus Noni und Olivenblatt-Extrakt. Es enthält 60 Milligramm Iriduide pro 60 Milliliter. Spitzensportler sowie Senioren finden in Extra ihre besonders hohen Ansprüche erfüllt. Tahitian Noni Pure ist das konzentrierteste unserer Getränke. Eine Kombination aus reinem Noni-Püree und Noni-Blättertee. Ideal für die Puristen unter den Noni-Fans. Es enthält 72 Milligramm Iriduide pro 60 Milliliter. Tahitian Noni Pure lässt sich gut mit anderen Getränken mischen. 90-tägige Geld-zurück-Garantie. Sollten Sie mit Ihrer Erstbestellung nicht zufrieden sein, erstatten wir Ihnen innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum 100% des Kaufpreises zurück. Auf original verpackte, angebrochene wie aufgebrauchte Ware. Dies gilt zusätzlich zu dem für Verbraucher uneingeschränkt gültigen 14-tägigen Widerrufsrecht.